So Leute, ich zeige euch heute mal, wie man am besten zum Training kommt, wenn man spät dran ist. Wichtig dabei, du musst ein Fortbewegungsmittel finden, was ordentlich Speed hat. Ich habe mir mein Kanu genommen und werde jetzt auf direkten Wege den Berg runter zum Trainingslager fahren. Und dann komme ich auch irgendwie noch pünktlich. Ich habe das da noch nie gemacht, ich kann das eigentlich auch gar nicht. Aber ich muss jetzt los, weil sonst wird mein Po kalt. Ich habe das da noch nie gemacht, ich habe das da noch nie gemacht, ich habe das da noch nie gemacht.